Darf ich vorstellen, das ist Dr. Anne Fleck. Sie hat auch einen Künstlernamen, Doc Fleck, ne? Genau. Ganz kurz, Doc Fleck, wer unter Doc Fleck mal im Internet sucht, der findet sofort Dr. Anne Fleck. Sie ist Ernährungsexpertin und Frau Fleck, Sie werden uns am Sonntag erklären, was Tofis sind. Ich finde das ja total spannend. Können Sie vielleicht ganz kurz was verraten? Tofi ist nicht Tofi, sondern steht für dünne, dicke, thin outside, fett inside. Also Menschen, die äußerlich schlank sind, aber innerlich zu dick. Und deswegen das Risiko haben, Herzinfarkt, Schlaganfall, Insulinresistenz, Diabetes mellitus zu bekommen. Und das wollen wir nicht. Genau, genau. Das wollen wir nicht. Und den ersten Tipp, den wir den Tofis heute schon mal geben können, ist dieser hier. Wir stehen nämlich in einer leeren Küche, im Hotelzimmer, unter einem ziemlich leeren. Wenn ihr euch das jetzt mal wegdenkt, dann sind das die idealen Voraussetzungen, um bald kein Tofi mehr zu sein. Und was ihr noch dagegen tun könnt, beziehungsweise wie ihr gesund schlank werdet. Also nicht nur schlank, sondern auch gesund. Das erfahrt ihr alles am Sonntag, 9 bis 11 von Dr. Anne Fleck persönlich. Sie ist Ernährungsexpertin und gehört zu den, was habe ich gelesen, Pionieren, die die Naturheilkunde mit der Schulmedizin verbinden. Schön. Das will ich sein. Gerne. Jetzt haben wir es. Sonntag, 9 bis 11 einschalten. Dr. Anne Fleck bei Radio SAW, Leute am Sonntag. Wir freuen uns auf euch. Sehr sogar. Danke. Danke.